Griechenlands Fußball-Nationaltrainer Michael Skibbe macht sich selbst im Fall einer Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 keine Hoffnungen auf einen ähnlichen Status im Land wie einst Otto Rehagel. Rehagel hatte die Griechen 2004 zum Europameistertitel geführt. Das war etwas Außergewöhnliches, und wohl Einmaliges, was da passiert ist, sagt es Skibbe vor dem Playoff-Spiel der Griechen am Donnerstag gegen Kroatien in Zagreb dem Fachmagazin KICKER. Das Rückspiel findet am Sonntag in Athen statt. Der Titel ist in so lebendiger Erinnerung, dass sich die Griechen da auch noch in 100 Jahren dran erinnern werden. Otto Rehagel kann ich wirklich nicht T-O-P-P-E-N, sagt es Skibbe. Verärgert ist der frühere Bundestrainer und Coach von Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt über die Sperre des Weltverbandes FIFA gegen Abwehrspieler Kostas Manolas vom Ass Rom. Diese Strafe sei unangemessen. Er bekam Geld für eine Spielverzögerung auf Zypern, hat seine Sperre gegen Gibraltar abgesessen. Unverständlich, dass er jetzt nochmal gesperrt ist, erklärte Skibbe, und fügte hinzu, Das ist wieder einmal eine Logik, die nur hinter FIFA-Mauern stattfindet. Punkt Anführungszeichen, dpa.